Es geht darum, die schnellste Rundenzeit zu fahren. Pro Durchgang fahrt ihr jeweils drei Minuten. Wenn eine Runde angefangen ist, bei 2,58 zählt ihr natürlich noch mit. Also ruhig immer dann weiterfahren, bis ich abwinke. Wir fahren einfach durch, bis du sagst Stopp. Genau. Wer die schnellste Rundenzeit fährt, gewinnt einen Durchgang. Wer als Erste zwei Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Die Münze entscheidet gleich, wer anfängt. Ab da beginnt dann immer die Gewinnerin des vorherigen Durchgangs. Vor dem Rennen gibt es jeweils eine Testrunde. Das heißt, ihr könnt einmal den Parcours abfahren. Dann bleibt ihr bitte hier kurz stehen. Und dann sage ich, ihr seid bereit. Und dann könnt ihr richtig losfahren. Ja. Okay? Okay. So, dann mache ich kurz schon mal die Auswahl, wer anfängt. Und warum? So, ich erkläre euch jetzt kurz die Strecke. Das ist nämlich wichtig. Also logischerweise, klar, immer hier im Innenbereich des Deiches, beziehungsweise dieses Parcours fahren. Ganz hinten seht ihr eine rote Stange. Da bitte, auf diesem Berg, auf diese Erhebung, eine 360-Grad-Drehung um diese Stange herum. Und dann erst weiterfahren. Ja. Also ihr kommt von da, fahrt da hoch, fährt da hoch, fährt da hoch und dann einmal 360-Grad, dann weiterfahren. Solltet ihr das nicht machen, ist die Runde quasi verloren. Ihr fahrt aber natürlich weiter. Das heißt nicht, dass ihr abbricht. Ja. Das könnte ja noch immerhin einer auch noch drei Runden drehen. Eben. Soweit alles klar? Ja. Gut. Warum habt ihr uns so warm eingepackt? Bei 35 Grad. Das ist, falls das Ding, was nicht passieren sollte, aber anfängt zu brennen, hast du hier einen Sicherheitsanzug. Dann bin ich euch doch sehr dankbar. Wir wollen doch, dass du hier gesund und heil nach Hause kommst. Okay, du fängst an. Wir gehen mal zur Seite. Viel Spaß. Danke. So, dann haben wir also das Geländefahrzeug. Dort tuckert auch schon der Motor. Der hat also schon eine Betriebstemperatur. Also ein interessantes Konzept. Kann man gut im Gelände mitfahren. Genau. Drei Zylinder, 812 Kubikzentimeter, übrigens nur 57 PS. Ruhig, das Visier vielleicht einen Tick runter machen. Muss unbedingt nicht ganz, aber falls doch Dreck oder Steine. Ja, es geht nicht weiter. Also es sieht auf jeden Fall jetzt so gut aus. Das ist in der Sicht. Dann mache ich es zu und hoffe, ich überlebe es. Hört ihr mich auch so komisch, wie ich mich höre? Wir wollen nur hoffen, dass das nicht beschlägt und hat Ron wieder schwierig. Mann, dann mache ich es auf. So, wir bewahren alle die Ruhe, lieber Elton. Es geht hier gleich los in die Einführungsrunde. Du fährst jetzt einmal nur, um die Strecke kennenzulernen. Und dann geht es fließend los? Nein, dann bleibst du erst mal stehen und dann sage ich los. Was aber eine gute Frage war, hätte auch sein können. Die Strecke und vor allem das Gerät kennenlernen. Ist das nicht der Gerät, Elton? So, oh, alles klar. Hier hält sich jemand nicht zurück, würde ich mal ganz vorsichtig behaupten. Also, ziemlich starke Untersetzung. Wir sehen das schon so ein bisschen. Also, dass man aus diesen 57 PS hier... So, jetzt proben den Tömpel da rum. Ein bisschen was rausholt zumindest. So sieht das gut aus. Steigfähigkeit, jawohl. Klasse, klasse und auf jeden Fall hält sie sich hier nicht zurück. Das können wir schon mal so sagen. Das haben wir schon sehr zärtlich gesehen hier bei den Proben. Komm schon, schnell, komm! Jetzt wird es ein bisschen feuchter. Und das macht ein bisschen Spaß auch richtig da durchzufahren. Ja, da dreht er vielleicht auch so ein bisschen durch, wenn es so ein bisschen schlammig ist. Und dann greift er wieder richtig, dann geht es wieder los. Wollt ihr stehen bleiben? Ja, sie wird stehen bleiben. Sie kennt jetzt die Strecke. Genau. Das sah doch schon mal sehr gut aus. Ich weiß nicht, was ich mit dem Ding machen soll. Man kriegt schon ein bisschen was rein, aber... Dann mach's. Ich lasse es. Ja, ich glaube nicht, dass Steine hochfliegen. Im Prinzip kannst du jederzeit selber losfahren, weil die Zeit startet erst, sobald du die Strecke überschritten hast. Okay? Dann kannst du gerne losfahren. Drei Minuten. Komm schon. So, jetzt geht es also los. Oben sehen wir die Zeit, unten sehen wir jeweils immer die Rundenzeit. Und ich sag mal so, normalerweise verbessert man sich dann von Runde zu Runde, weil man natürlich das Gerät und die Rennstrecke immer besser kennenlernt. Aber ich glaube, sie wird hier gleich am Anfang eine ziemlich krasse Zeit hinlegen. Wir werden das Ganze beobachten. Denn viel Fehler kann ich tatsächlich nicht erkennen. Also das ist schwer mit diesem System. Wir sehen es ja, ne? Ist ja fast so ein bisschen wie ein Panzer. Fehlt bloß die Kette. Die Räder auf einer Seite bleiben stehen, die anderen drehen sich weiter. So wird der also gesteuert. So, Spaß betontes Fahren hier durch unseren Wassergraben. Ich hab's denn nicht schneller. Ja, und sie will sogar schneller fahren. Wir sehen es. Aber der ist da schon so ein bisschen an der Grenze angekommen. So, wo wird ausgelöst? 47,9,0. Merken wir uns mal so aus Scherz. Wenn dann nachher Rebecca die erste Runde fährt. Und mal gucken, ob sie sich noch mal verbessern kann. Vielleicht dadurch, dass sie mit einer höheren Geschwindigkeit durch die Startziel gerade hier durch die Lichtschranke durchgebrettert ist. Auch Ideallinie ist vielleicht ganz ordentlich, wenn man da mal versucht, so ein bisschen was abzukürzen. Das macht sie echt klasse hier. Hier verliert man immer so viel. So, mitten im Selbstgespräch also. Wir hören ihr sehr, sehr gern zu. Jetzt geht's hier also wieder durch. Ja, wie nimmt man dort Schwung mit, ne? Man sieht sogar, dass das Gerät, dieses Geländefahrzeug dort sogar leicht ausbricht. Okay. Also das kann eine Bestzeit werden, oder? Lichtschranke kommt. 46,9,2. Aber ich hab's gesagt. Das war sehr stark schon in der ersten Runde. Wir sind bei 1,18. 46,9,2 die Bestzeit. Also gucken wir. Sie werden auf jeden Fall noch zwei gezeitete Runden hier hinbekommen. Wie kommt man dort am besten rum? Wie eng muss man an diesem Pfahl dran sein? Das ist die große Frage. Kann man das dichter fahren, um einfach so ein bisschen abzukürzen? Sie ist wieder unterwegs. Gleich wieder ihre Lieblingsstelle. Jawohl. Mach, mach. Fahr doch. Ja, da wirkt sie nicht mal fast so ein bisschen ab. Und das ärgert sie natürlich. So, eine, kannst du noch fahren? Auf jeden Fall. Zack, ja, langsamer. Sah so aus, als wenn sie die Zeit am Wassergraben verloren hat. Warum auch immer. Also der wollte da irgendwie nicht mehr so richtig den Berg hochfahren. Ja, na, und auch das tut weh. Auch sowas kann eine Sekunde dauern, wenn dort der Schwung so ein bisschen rausgeht. Ja, den kann man nicht driften lassen, ne? Den kann man nicht, äh, sozusagen durch ein leichtes Übersteuern um die Kurve schicken. Die Zeit ist jetzt abgelaufen. Sie fährt also weiter, so wie wir es aus der Motorrad-WM oder aus der Formel 1 kennen. Na, die angefangene Runde wird zu Ende gefahren. Ja, und hier, ne? Da Berg hoch geht, jetzt vielleicht noch mal ein bisschen besser, oder? Wie kommt sie rum? Die 46,9,2 steht und die wird nicht verbessert. Aber das war eine klasse Zeit. Oh, stopp. So, 48,9,2. Das macht ganz schön Spaß. Das freut uns. Aber es ist auch ganz schön langsam. Na ja, so, vielleicht guckt die Familie zu. Es ist ja bald Weihnachten, oder? Es macht sehr viel Spaß. Du wirst sehr viel Spaß haben und sehr dreckig sein. Alles gut. Geil. So, jetzt freust du dich vielleicht, dass du doch so einen wärmeren Anzug hast? Nee. Auch wegen dreckig? Ach so, wegen dreckig, ja. Wir fahren das zurück. Währenddessen sehen wir hier noch mal ein paar Zeitlupen-Studien. Das sieht einfach aus wie bei Batman. Badmobil ist das, oder? Ja, oder Wüstenplanet, Junior, Wüstenplanet. Kannst schon mal hingehen? Ja. Und deine Proberunde, Testrunde gleich starten? Wo fährt man damit rum? Überall. Vielleicht nicht Outer Autobahn, aber Gelände. Darum heißt es ja auch ein Gelände. Ey, hast schon ordentlich nass gemacht. Hab ich. So, also, auf jeden Fall anschnallen. Nochmal eine schnelle Einweisung. Grob. Sind sie schon mal mit den Funktionen dieses Fahrzeugs betraut worden? Gut, Proberunde los. Ja? Ja, gerne. Ja, und auch gleich in den Anschlag hier, ne? Also, rechts Gasgriff, voll in den Anschlag. Und auch Rebecca hält sich hier überhaupt nicht zurück. Also, hier sind zwei Damen unterwegs. Das, ja, das Duell wird es in sich haben, nehme ich mal an. Und da werden dann so die kleinen, die Nuancen, die kleinen Fehler entscheiden. Wie wird sie hier um diesen Pfosten drumherum kommen? Na, wie eng. Kann man außen eine höhere Geschwindigkeit nehmen? Na, es ist ja dieses ruckartige Lenken, aber etwas anderes lässt eben die Technik auch nicht zu. Immer die stehenbleibenden Räder und auf der Außenseite die weiterlaufenden Räder. Jetzt durch den Wasser grabeln. Ja, ne? Und so immer, als wenn er dort ein kleines Problem hat. Unser Geländefahrzeug mit dem Wasser. Und stehenbleiben hier nochmal stehenbleiben, Rebecca. Sie clever ist, bleibt sie hier schon stehen. Gut. Alles soweit okay? Das macht richtig Bock. Das ist so cool. Ja, aber denk dran, es geht hier auch um was, um 100.000 Euro und nicht nur um Spaß. Ja, ja. Du kannst jederzeit anfangen. Okay. Und du kannst beide drei Minuten laufen dann, wenn du dich... Und da war sie unterwegs, ja. Sätze, die unvollendet bleiben. Bei zwei Frauen, die einfach nur los wollen auf die Strecke. Also aus diesen Einführungsrunden, beziehungsweise aus den ersten Runden bei Nilam. Ich könnte nicht sagen, wer hier im Augenblick Favoritin ist. Wir sehen die 46.9.2. Ich erinnere nochmal an die 47.9.0. Das war die erste Runde von Nilam. Und dann gab es ja die Verbesserung. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, hier sieht es so aus, als wenn sie den weiteren Weg nimmt. Aber das ist jetzt auch nur aus meiner Perspektive und das ist die gleiche, die sie auch haben. Und dort, ja, will es auch wieder den Berg nicht hoch, aber mit dem Problem kämpfen beide. Die 46 ist schon mal durch. Nee, 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 nee. Ein bisschen zu ruppig um die Ecken rum. Das hat zu lange gedauert. 51.8.3 dort auch gerade die letzte Kurve vor der Stadt Zielgeraden. Das sah so ein bisschen so aus, als wenn sie nie dreimal gefahren ist. Das sah bei Nilam ein bisschen geschmeidiger aus. Aber vielleicht irre ich mich da auch nur. Und vielleicht will uns Rebecca einfach nur alle ein bisschen verkohlen. Und zeigt uns jetzt hier so eine richtig krasse Zeit. Ich tippe, sie wird genauso viele Runden, gezeitete Runden schaffen. Naja, das ist alles ein bisschen weiter aus. Zack, rum. Spaß betont. So, zack. Wie fährt er den Berg hoch? Das fängt so. Da dreht er eben so ein bisschen. Ja. Da macht sie auch so ein bisschen Two Bobs, sagen die Engländer, glaube ich. So wie man früher also die Bobs angetrieben hat. Durch diese ruckartige Bewegung. Er hat zumindest eine 49. Und sie sagt auch, das kann doch nicht alles sein, was hier aus diesen 57 PS rauszuholen ist. Die bricht hier fast diesen Gasgriff ab. So sehr hängt sie dort die gesamte Zeit nur auf Vollgas. Aber es fehlen eben auch noch Sekunden. Sind nicht nur Zehntel, Hundertstel. So, jetzt ist natürlich die nächste Frage und da spekuliere ich auch nur von hier. Geht auch ein bisschen was von der Strecke runter. Sie sehen ja, sie holpert da ziemlich rum. Das werden wir dann gleich sehen, wenn Milan wieder dran ist. Durch, durch den Wassergraben. Naja, kommt man ran an diese 46.9. Nur kommt, eine Runde geht noch. Jetzt eine. Jetzt noch eine Zauberrunde. Nochmal alles hinlegen. Alles rein dort. Ja, sie möchte am liebsten mit zwei Händen drehen am Gasgriff. Aber das Ding will einfach nicht schneller fahren. Falls jemanden noch so ein bisschen die technischen Daten interessieren, ich habe es schon gesagt, diese 57 PS, 800 Kilogramm Leergewicht. Und das Gesamtgewicht, wenn Rebecca mit drin sitzt, na so viel mehr ist es auch nicht. Also, jetzt hier wieder rum. Ah, immer so ein bisschen mit der Brechstange dort. Dort verliert sie, glaube ich, wichtige Sekunden. Die Zeit ist abgelaufen. So, jetzt nochmal hoffen, dass hier so eine magische Runde gelingt. Aber sie... Wie beim Axt, ne? Ja, oder? Geht noch was? Jetzt noch die Linkskurve. Nein, die Zeit ist durch. Die Zeit ist vorbei. Milan war schneller. Achtung, jetzt auf der Lichtschranke. Also, das ist ein cooles Spiel. Das ist mega. Aber leider warst du langsamer in diesem Durchgang tatsächlich. Okay, ich muss schneller werden. Das heißt, den ersten Durchgang gewinnt. Aber es war cool. Milan, und du darfst jetzt auch anfangen wieder, weil du den ersten Durchgang gewonnen hast. Ja. Jetzt gibt es keine Proberunde logischerweise. Ah ja. Jetzt wird es sofort los. Und der Regenfall unter meinem Anzug wahrscheinlich damit. Ich lasse das einfach, die restliche Sendung an. Ich lasse einfach an. So, wir haben es gesehen. Da ist Rebecca für mich immer ein bisschen wie mit dem Holzhammer um die Kurve gefahren. Hat also immer richtig dann umgerupt. Und bei dir war es, glaube ich, um 29. Ah, okay. Oh, okay. Ist die Drehzahl wieder da? Ja. Alles gut. Jetzt vorbereitet. Auf die Sicherheit wird geachtet. Also, anschnallen auf jeden Fall. Ich habe mich eine Frage gemacht. Kurzzeitgedächtnis, echt, ey. Aber die Strecke sieht schon ramponiert aus. Kann ich einfach los? Elton sieht das ein bisschen besser. Ich bin hier drin im Studio in meiner Computatorenkabine. Elton, kann ich einfach los? Du kannst jederzeit, wenn du möchtest. Ja, danke für den Hinweis, Elton. Da habe ich ja nur spekuliert. Das scheint tatsächlich eine Rolle zu spielen. Also, los geht's wieder. Es geht um die schnellste Rundenzeit. Und wenn wirklich diese Strecke hier leidet, dann muss man es wirklich hier in die ersten Umläufe, nach Möglichkeit in die ersten reinhauen. Denn dann wird die wahrscheinlich wirklich, gerade an den Stellen, wo das Geläuf ein bisschen schwerer ist, vielleicht durch das Wasser, wird sie dort ein bisschen schwieriger. Richtig, wir hören es auch gerade von Nidam selbst. Es scheint schwerer zu gehen. Dort sehen wir ziemlich viele Querdellen. So hier, ich weiß nicht, ob man auch hier eine andere Linie suchen kann. Das sah doch eigentlich ganz gut aus, wie der hier den Berg hochgekommen ist. So, na, die Westzeit ist weg. Also, wahrscheinlich sind diese 46er-Zeiten nicht mehr drin. Da ist eine 50,1,8. Das muss jetzt auch Rebecca so ein bisschen Mut machen. Also jetzt vielleicht auch hinschauen. Wo sind die tiefsten Rinnen? Und die vielleicht vermeiden, solange das zumindest noch in der Nähe der Ideallinie liegt. Also noch mal kurz zu erinnern. Und jetzt 50,1,8. Vorhin war die erste Runde in den 47,9. Nur mal so, für den Hinterkopf. Und die Bestzeit, der aktuelle Rundenrekord, 46,9,2. Und wir schätzen alle, dass diese Zeiten nicht mehr drin sind. Den Berg hoch dort, nach dem Wassergraben, würden Sie am liebsten schieben. So sehr hat das Gerät dort Probleme. Aber hier um die Kurve kommt sie besser rum. Und noch mal eine 49,1,6. Also doch noch mal eine 40er-Zeit. So links, wir hören es ja auch. Wie sie nicht nur im Kopf sich die Strecke zurecht legt, sondern fast mit diesem Geländefahrzeug spricht, redet, flüstert. Jetzt fast dran gewesen. Selbsteinschätzung, das war gar nicht gut. Sehr weit innen gewesen. Gibt es hier noch eine Linie? Ein bisschen weiter am Rand? Ich weiß es nicht, wie es dort unten im Wassergraben aussieht. Scheint gut, den Berg wieder hochzukommen. Eine Runde geht noch. Alles in Ordnung, genau. So, noch mal eine Verbesserung. Nein, ein ganz, ganz bisschen weniger. Also, da sind zwei Zinsel draufgekommen ungefähr. Aber sehr konstante Rundenzeiten hier im Augenblick. Ah, und da hinten sehen wir, wie die Räder durchdrehen. Da staubt es dann wieder. Also eine gemeine Mischung aus so staubiger, sandiger Piste und diesem Feuchtbiotop, was wir dort hinten auf der Gegend geraten haben. Zack, jetzt kracht sie auch hier so ein bisschen im Rebeccas-Stil hier rum. Und das Teil fährt nicht los. Ja, da war ein bisschen höher der Sand, dieser kleine Bogen dort. Lern sie hier richtig klasse rumkommen. Die zweitletzte Kurve. Aber ich glaube, dort bei dieser Schleife um den Pfosten hat sie extrem viel Zeit liegen lassen. Und stopp. Ne, 49,1,6. Man kann auch unter 50 Sekunden fahren. Was war's? Oh, verschlechtert. Ja. Ja, aber ich muss es noch mal besser schaffen. Was war bei der letzten Runde los? Ähm, der ist ja nicht weitergefahren. Weil ich glaube, es ist schon so versandet da oben. Das macht echt einen Unterschied. Und wenn du da irgendwo falsch mit dem Reifen reinkommst, dann mach das nicht. Kann ich nicht empfehlen. Gut, dann ist Rebecca dran. Die hatte... Aber ihre Strecke ist jetzt natürlich auch noch mehr verdient. Ja, ich wollte das auch nachher. Ja. Eine schnellere Runde. Einmal schneller als 49. Keine Ahnung. Ei, ei, ei. Dann ist der Durchgang gewonnen. So, Rebecca. Und hier, dann fahren wir noch mal. Also, Rebecca muss jetzt hier möglichst früh einen gucken lassen. Ja, und muss diese tiefen Spurrinnen dort vermeiden. Wir haben gesehen, wo Nilem hier Zeit verloren hat. Und zu der Stelle kommen wir gleich. Mit Rundenzeit entscheidend. Achtung, da sind wir. Und Rebecca knallt jetzt das Geländefahrzeug hier um die Kurve. Und ich sag mal so, ich glaube, fast hier der erste Schuss könnte schon sitzen. Und dann ist die Frage, ob wir abbrechen oder ob sie auch noch so ein bisschen üben darf. Ah, ja, 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 nein! Und das sah so aus, als wenn das Gerät hier wieder schwerer hochkam, den Berg. Was geht? Zwei Sekunden noch. Nein, auch das dauert zu lange. Knapp die 50. Aber das war vorhin ja bei Nilem auch so. Die hat sie auch erst in der zweiten Runde auf die 49 geschafft. Ja, dort steht ein Monitor. Direkt schaut sie also nicht hin. Das heißt, Nilem beobachtet das Geschehen hier auch anhand dieser Bilder, die Sie zu Hause sehen. Zack, hier, auch mal interessant, aus der Perspektive das Ganze zu sehen. Wo ist die Stelle, wo das Gerät nicht so richtig weiter will? Ja, hier, jetzt, zack, die Kurve, die vorletzte. Klappt immer richtig, klasse, weil sie auch so ein bisschen bergab geht. Mit Überschuss rein, in das Wasserloch und raus, ja, ja, da schaufelt dieses Geländefahrzeug sich mühsam den Berg hoch. Achtung! Und die 4916 ist weg. Die 4916 ist weg. Und wieder ein bisschen runter. Und wieder ein bisschen runter hier von dieser Strecke. Wir sehen's, ja, also hier vorne die kleine Kamera, die auf dem Geländefahrzeug ist. Und hier versuchen wir, die Strecke zu studieren. Ja, und bei diesen seitlichen Bewegungen, da schaufelt es richtig dieses Sand-Erde-Gemisch zusammen. Wir sehen auch, gelegentlich kommt hinten noch so ein bisschen Wasser raus. Ah, und jetzt hier. Da werden diese Rennrunden gewonnen oder verloren. Jetzt wirklich nochmal gut hier durch. Von außen anfahren, zack, Achtung! Achtung, nein, das wird so ein bisschen rinchen. Das war wirklich extrem knapp. Eine Sekunde. So, das ist die letzte Chance, letzte Runde. Richtig, ne? Und es war immer knapp, wenn ich das mal so sagen darf. Knappst du? So, Nielam Schautönen. Ich nicht, jetzt bin ich weg da. Man weiß natürlich, wenn jetzt hier nicht ne Bestzeit kommt, dann ist das Ding durch. Dann sind das also wichtige Punkte für die Schauspielerin. Und es geht ja hier immerhin für die beiden Damen um 100.000 Euro bei dieser Show. Und da geht die Hand hoch. Weiß ich nicht, ob das so eine fragende Geste war oder ob das ein nettes Winken war. So, und jetzt scheint das Ding drin zu stecken. Die Zeit ist gleich vorbei. So, und jetzt wird sie gleich den ADAC rufen müssen. Oder? Da kommt es nochmal. Die Zeit ist durch. Also, auch dort drin wahrscheinlich rutschiger Schlamm. Ja, in den Runden zuvor ist klar. So gewinnt Nielam das Rennen im Geländefahrzeug. So, Punkte für dieses Spiel. Vier Stück gab es. Und Nielam führt jetzt mit 7 zu 3. Vier Punkte gab es. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.